Hallöchen Freunde, willkommen zu meinem ersten Ayippe-Wee-Video. Sorry, tut mir leid, aber ich muss kurz wechseln. Ich weiß, ich hatte es auf dem Hasen, aber wollte es dann doch auf dem Wolf haben. Wir werden... Also ich habe nicht geschlafen und habe 150 Saphire mal glatt mir erspielt. Ja, habe ich wirklich. Ich kann es euch zeigen. Verstehe, wie ihr glaubt. Ja. Und wir werden das jetzt zusammen machen und ich finde, auf dem Wolf sieht es besser aus als auf dem Hasen. Jedenfalls werden wir dieses Outfit auch auf den Polarwolf übertragen und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Und wir gehen in den Saphir-Shop, deswegen bin ich extra schon in die Jama-Siedlung gegangen. Ich habe übrigens zwei shoppen und habe mir so einen schwarzen Panther gekauft. Der sieht richtig schön aus und noch zwei neue Pferde. Ja, ich habe geshoppt. Jetzt können wir hier hin und ja, ich könnte mir auch den Otter kaufen, aber will ich nicht. Boah, ich könnte mir alles kaufen. Es ist so ein schönes Gefühl. Ich konnte mir noch nie alles kaufen. Ich konnte mir nur einmal die Ziegel kaufen, weil sie runtergesetzt war. Boah, ich kann mir einfach alles kaufen. Boah. Ich finde es cool. Okay, da haben wir den schön. Und weiter. Ich habe schon richtig viele Outfits für ihn. Wir werden ihn, Frau Una, n, wo ist 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 n. Nachtwolken n. Ich habe auch zwei, glaube ich, die Mayo, Mayo. Mayo, Mayo, Mayo heißen. Das kann man halt wirklich machen. Hier, guck. Überall Mayo. Mayo, Mayo, Mayo. Wo haben wir denn die Wolke? Nachtsocke, ja, ja, ganz bestimmt vor einer Nachtsocke Wolke und kaufen gekauft oh, ich werde ihn jetzt auch direkt vorstellen da ist er, boah, sieht der schön aus ich werde ihn auch gleich direkt vorstellen also, ich habe ja gesagt wir werden dieses Outfit auf ihn übertragen kann ich das schon mal machen so, boah, er sieht so schön aus, ey die Augen die Augen ich habe extra schon auf alle Tiere die Outfits für den übertragen, weil ich mir sonst nicht die Farben merken kann ja, ich weiß ich bin sehr schlau äh, ich habe die Wimpern vergessen boah, sieht die Wimpern schön aus okay jetzt kommen die Flecken, Blutflecken boah, das sieht auch schön aus aber nein, wir machen die Blutflecken boah der Polarwolf ist einfach nur schön erstmal werden wir noch Schatzsuche machen und danach werden wir natürlich ja ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll war in einer tollen Eisschule yeah okay boah, wie schön okay ich werde auf jeden Fall jetzt immer hier mit dem Polarwolf machen der ist nämlich jetzt mein Haupttier oh, er ist so schön wir werden jetzt in meine Höhle gehen, weil da können wir nicht gestört werden im Moment und ich hoffe, keine Freunde kommen rein das wäre nämlich ein bisschen doof doof also, so sieht das Gehen aus so sieht das Laufen aus Moment schön, ey I love this ähm, dann fangen wir mal mit dem Schlafen an so sieht das Schlafen aus so sieht das Sitzen aus so das Springen ja, er bleibt wirklich so lang fast so lange in der Luft wie der Fuchs aber er zappelt noch ein bisschen dann die Spielanimation süß sorry unten kommt ein bisschen was los ja okay dann noch tanzen klassisch sieht einfach nur schön aus warum können die da unten nicht ein bisschen leiser sein ja, das ist meine Siss und der hat den Fuchs ja, wir haben Paratnalux, Siss schau dir mich an schau, ich bin ein Polarwolf endlich ich erstrahle jetzt werden wir ein bisschen rausgehen und mal schauen wie sie mein Outfit finden nein, Spaß ähm, das werden wir vielleicht noch in einer anderen Folge machen aber ich würde sagen tschüss Leute